Dann bleib ich mal kurz am besten mit meinem Flieger. Ja gut. Was gehst du auf 2000 Euro? Ja, denke ich mal. Kilometer, ne? Jetzt hast du doch die Kerke. Ja, auf 1600 war es schon mal. Da konnte er ihn aber auch nicht mehr sehen. Aber nur die Segelflieger, die da vorbeigeflogen ist, die haben ihn gesehen. Die Mantra. Da war ich noch über. Er war 8000 Meter und ich war noch höher. 1200 Leute. Der ist so in die Thermik gegangen, da konntest du nichts mehr machen. Das Mutter ist aus jetzt. Ausgegangen oder ausgemacht? Ausgemacht. Dann bist du also noch härter Lage. Ja. Das ist gut. Ist schon ruhig. Ich glaube, ich muss aber auch gleich runter. Warum? Ich kann das schlecht abschätzen. Der ist noch ganz schön hoch. Na, obwohl ich das konnte auch schnell runter. Ja. Wohl 100 Meter hast du noch knapp. Pepe, mein Kopf zu. Der will auch fliegen. Der will auch fliegen. Der will auch fliegen. Der will auch fliegen. Ich habe ihn gesehen, wie hinter den ladenden Flugzeugen hier war. Das kann auch toll werden von Norbert. Ich denke, solange das unsere eigenen sind. Aber seitdem er den, was war das, seinen Slowflyer mal zu fassen hatte, macht er das an, den ich nicht mehr, weil er einen Propeller abgekriegt hat. Achso. Wenn ich jetzt eine Kamera an Bord gehabt hätte, dann hätten wir das ja schön filmen können. So, ich gehe mal nach da hinten hin. Ah, da klappen ja. Ja. Willst du runter? Ja, ja. Ich versuche es jedenfalls. Oh, irgendeine Kriff sind schon runter. Klappen raus? Nee, noch nicht. Das war zu früh. Das war zu früh. Außer rein. Jetzt klappen raus. Alter, wie bremsen die Dinger? Die lötten Fischer. Wie bremsen richtig ab, so? Ja, halt das.